Ich weiß es nicht. Ich kann nachgucken. Ja, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ausdauer, 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 Ausdauer. Du musst Ausdauer festigen. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ich hab genug Ausdauer. Ich bin ein ausdaueriges Blöhrhühnchen. Du trägst eigentlich immer noch diesen Ring mit mir rum. Müsste ich mal ablegen. Egal. Mr. Goldbrand, was sind Ihre Motive? Warum brennen Sie Gold? Ich weh schon! Kein Grund, gleich böse zu werden! Diese verdammten Menschen! Ich hasse sie! Was haben sie gegen mich? Nur, wo ich ein Blutsauger bin? Ach, wir fester. Mein lieber Freund, der Skrip hat auch keine Lust mehr auf mich, nur Skrip. Ja, jetzt verstehst du meine Gefühle, ne? Das freut mich. Auch wenn ich gerade brenne. Sie brennt und brennt und brennt. Leute, gebt mir mal ein paar CDs, ich brenne sie für euch. Ich meine, ich brenne gerade und deswegen, ne? Wenn ich ein paar CDs halte, dann brennen sie. Also brenne ich CDs, wenn ich CDs halte. Das ist zwar nicht, was man unter Brennen von CDs versteht, aber sie brennen dann die CDs. Das ist zwar nur eine kleine Verwechslung von Tatsachen, aber... Es brennt! Ich verfluche euch von... Zu viel Brennen! Zu viel Brenner! Zu viel Feuer! Zu viel Heihe! Zu viel... Was weiß ich! Was hält meine arme Vampir-Seele nicht aus? Ja, er ist tot. Ihr seid mit Rimetiel fertig geworden. Eure Art hat durchaus ihren Nutzen. Viele von euch würden gerne mehr über euch... Viele von uns würden gerne mehr über euch erfahren. Etwas über eure Innenleben. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das war gute Arbeit. Nehmt dies. Ich denke, einer wie ihr wird es gut verwenden können. Da ist noch was! Das Meisterin Dratha von euch benötigt. Den Quarma-Bluttrank. Bluttrank, den habe ich auch. Kann ich dir geben. Muss ich ihn jetzt persönlich... Weil ich ihn... Das ist jetzt, weil ich ihn denn schon dabei habe, oder wie? Na, Mann. Was sagt Tagebuch? Ich lege ihn kurz mal ab, den Trank vielleicht. Verwirrt es sie, dass ich den schon dabei habe, wenn ich ihn finde? Ich bin doch dabei. Ich bin doch dabei. Ja. So. Einfach mal alles durchklicken. Nein, ich will nicht dem Haus Tervani beitreten. Das geht auch gar nicht. Was ist denn jetzt mit deinem Trank? Willst du ihn nicht haben, oder wie? Dann muss ich zu deiner Meisterin gehen. Ich weiß es gerade nicht. Von wem bist du eigentlich der Sprecher? Aber wer ist dein Gönner? Oder wenn ich lade. Warte, wo habe ich zuletzt gespeichert? Krieger-Gelde. Gut, renne ich nochmal hier? Lege ich den Trank ab, bevor ich mit ihr rede? Vielleicht gibt es die... Ne? Will sie dann? Das ist doch alles zum Mäuse melken. Habt ihr schon mal Mäuse gemelkt? Also ich nicht. Nein. Bestimmt lustig. Ja, bestimmt. Ja, ich verfluche euch, Vampir. Verschwindet hinfort. Fahrt zur Hölle. Ich bin kein Vampir. Ich bin ein Korpus-Pampir. Das ist nochmal eine Stufe schlimmer. Bleib weg, Niedrig. Ja, vielleicht hassen die Leute mich deswegen auch so sehr. Ich bin entstellt. Entstellt. Egal. Ja, Sonne, du kannst mir gerade sowas von am Arsch vorbeigehen. Hallo, Skript. Skript begrüße ich. Das kommt nicht offen. Das kommt nicht süß. Ganz süß. Die machen so putzige Geräusche. Pfeifen. Nein, Pfeifen ist nicht putzig. Ja, außer wenn du das da hinten machst. Dann ist es putzig. Nein, nein, was ist denn das? Das Spiel mobbt mich. Gut, dass das nicht in Vivek passiert ist. Vivek, ich hasse dich. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, habe ich. Ne, du bist das. So, erstmal den Trank ablegen. Den Trunk. Der unter Magie ist schicke, nicht unter dem anderen Zeugs. So. Mal speichern. Alle hassen sie mich. Alle wollen sie mein Verdammnis. Ich will nur noch, dass ich ausgenutzt werde von allen. Ja. Jetzt, jetzt ist es auf einmal... Gut, es lag daran, dass ich den Trank dabei hatte. Meisterin Brasa glaubt, dass das Stadium des Bluts der alten Quarer zu einem besseren Verständnis der Fähigkeiten eurer Art führen könnte. Es ist wichtig für sie, den Trank zu bekommen. Wenn ihre Informationen richtig sind, ist bei der Volina Quarer im Lager ihres Clans in Druskashti zu finden. Wenn nicht, werden nur Kreaturen wie ihr wissen, wo es nun ist. Bringt ihn mir, Vampir. Oh! Zufällig gefunden! Ich hab ihn! In Witteseile! Ich bin so gut. Ich hab das Blut gut gemacht, Vampir. Vielleicht könnt ihr doch noch ausgebildet werden. Aha. Ich geb dir gleich Ausbildung. Und zwar auf die besondere Art und Weise, wie mir Zimti immer die Ausbildung gibt. Als Belohnung für eure Mühe habe ich hier etwas, das euresgleichen nützlich sein könnte. Während eines Beschwörungsversuchs habe ich dieses Unglücksschwert geschaffen. Es ist stark und scharf, aber die Verzauberung verlief nicht ganz so wie geplant. Ich denke, einer wie ihr wird es sicher gut gebrauchen können, da ihr offensichtlich über einen natürlichen Schutz gegen den entsprechenden Zimti verfügt. Oh ja. Oh ja. Ihr solltet das auch nicht benutzen, wenn ihr kein Vampir seid. Das war Lähmung. Einmal für den Gegner, aber auch einmal für uns. Aber da wir ja ein Vampir sind, haben wir ja einen Lebenswiderstand von 100%. Ich gehe ja schon. Ja, soll ich auch? Habt ihr Betten? Damit ich mein Dings auffüllen kann? Nee, da geht es nur nach oben. Ja, der Ratshaus von oben. Sieht sehr schön aus. Schöne Kristallwände. Kristalle. Kristalle sind funkelig. Sie funkeln. Ich will sie haben. Nein, eigentlich nicht. Nicht exist. Gut, Chicken darf rasten. Chicken rastet bis... ...Sonne untergeht. Wo kriege ich nur das eine Gerücht her? Ich weiß es einfach nicht. Ich könnte Teil Aron versuchen, weil das ist ja... Er liegt im Ort am nächsten, würde ich mal glatt behaupten. Ja, nicht ganz am nächsten. Es ist schon in der Nähe praktisch. Näher als Satrid Mora auf jeden Fall. Was ist jetzt die Frage? Ey, komm, wenn in Satrid... Wenn in Dings... ...Tel Ahu niemand mir das Gerücht geben kann... ...dann gehe ich einfach direkt zu dem Ort, wo die Quest ist. Ist ja egal. Ich weiß auch so, wo wir hin müssen. Und zwar an einem Ort, wo wir schon mal waren. Ihr wisst trotzdem jetzt nicht, wo es hingeht, ne? Ja. Alles andere hätte mich auch gewundert. Speichern, bevor Spiel nochmal abstürzt. Wieso ist das Spiel eigentlich abgestürzt? Ich meine, wir haben jetzt erst Donnerstag Folge. Es ist Mittwoch abgestürzt. Ich verstehe es nicht. Vampirismus ist schon eine Sache für sich, ne? Also, das versteht wirklich niemand. Aber dafür ist jetzt Sonnenaufgang. Warten wir nochmal, bis die Sonne untergeht. In 12 Milliarden Stunden. Kann ich mir nochmal ein Schlückchen genehmen? Zu Jama? Ja, ich habe jetzt zu Jama stehen. Habe ich mir aus dem Spiel rauskopiert. Ins Real Life. Weil ich es kann. Könnt ihr es etwa nicht? Hm? Achso. Ich wollte schon sagen, meine Schnelligkeit ist jetzt 112, aber ist das Geschicklichkeit? Oh Gott. Habe ich gerade einen Herzinfarkt bekommen? Meine schöne Schnelligkeit. Und Charisma. Das eh kein Mensch braucht. Egal. Geht's da raus? Nein. Wieso nicht? Es ist ein langer, langer Weg, ein langer Weg bis nach... Weiß ich nicht. Das ist ein langer Weg bis nach... Hui! Ich dachte... Na gut, warum sollte hier auch ein Klippenläufer sein? Ich habe mich gerade jetzt wirklich von der Flavia erschrocken. Und Klippenläufer-Einbildung schon wieder. Meine Nerven! Ey, nein. Stopp. Andersrum. Andersrum, habe ich gesagt. Gut, wenigstens war es kein Nilspule. Weil dieser Anblick würde ich nicht ein zweites Mal ertragen. Nein. Nein. Ich habe doch die Scheiße. Scheiß auf Sonne.